Hallo Leute, heute haben wir eine Geschichte. Hier ist eine Mango und hier ist eine Kaki und hier ist ein Schokoladenkäfer. Da geht der Schokoladenkäfer zu der Mango und sagt, hey, ich bin ein Schokoladenkäfer. Da sagt die Mango, ja, na schau an und ich bin eine Mango. Da geht der Käfer zu der Kaki und sagt, hey, ich bin ein Schokoladenkäfer. Da sagt die Kaki, na sowas, ich bin eine Kaki. Und dann sagen die Kaki und die Mango, hey, wir sind Obst. Da sagt der Käfer, hey, ich bin Schokolade, ich bin viel besser als ihr. Da sagt das Obst, nein, du bist Schokolade, du bist ganz schlecht. Da sagt der Käfer, nein, 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 was erzählt ihr da, ich bin Schokolade, ich bin viel besser, ja. Und da sagt das Obst, nein, das stimmt überhaupt nicht, wir schmecken viel besser und wir sind viel gesünder. Ja, na, da sagt der Käfer. Ja, und der Käfer liegt auf dem Rücken. Da sagt die Mango, na, das kommt, weil du nicht genug Obst gegessen hast. Komm, wir helfen dir. Ja, da bedankt sich der Käfer. Hey, danke Leute, das war richtig cool von euch. Ja, ich nehme alles zurück, na, Obst ist richtig cool, ne. Ja, da sagt das Obst. Genau so sieht es aus. Obst und Gemüse ist richtig cool und Schokolade ist auch gut. Aber nicht so viel und nur manchmal. Ende. Ende.